Wir finden aber auch hier, oh nein, eine tödliche Fledermar, okay, jetzt ist es ein bisschen viel, jemand ist weg, muss ich gucken, hehehehe, Entschuldigung, ist es ein bisschen. Eine entsetzliche Fledermar auf, oh nein, hehehe, ja, toll, jetzt habe ich tatsächlich Angst vor dieser entsetzlichen Fledermar auf. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Wo ist denn dieser Blutstein? Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch das Geld mitnehmen, Mann. Ich weiß zwar nicht, ob wir tatsächlich Geld in Hülle und Fülle brauchen. Oh, ich glaube, ich weiß, wo der Blutstein ist. Ich glaube, wir sind schon dran vorbeigegangen. Ich glaube, wir sind schon dran vorbeigegangen. Aua, ey, lass das. Super uncool. Aua, 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 Mensch, meine Güte. Wie geht denn ab? Hey. Oh, ich habe einen Bummen gehört. Grabstaub. Ich glaube nämlich, das ist der Blutstein, oder? Ja, ich... ...wollte mich umgucken. Ich muss noch etwas warten. Ja. Ich wollte auch das Geld mitnehmen, deswegen laufe ich hier lang. Und das Geld... Alles, was man so... ...alles, was man so vergessen hat... ...wollte ich jetzt unbedingt mitnehmen. Hm. Belüge dich ruhig weiter. Hallo. Entschuldigung, hier habe ich ver... Ach, Mann, ey. Ich bin noch nicht bereit. Das ist normal. Danke. Ich bin noch nicht bereit. Meine Güte, erschreckt mich nicht so. Ich mache hier Kacki in die Büchse, Alter, weil du hier plötzlich auftauchst. Folgt ihr mich jetzt, weil ich den Blutstein habe? Ich muss noch etwas warten. Huch. Irgendwas macht immer sehr harten Schaden auf uns, manchmal. So wie ihr fühlt. Ich nehme Blutschein. Boah, ihr seid doch echt kacke. Ihr seid kacke. Ich bin noch nicht bereit. Ihr seid kacke. Ich hasse euch. Ich muss noch etwas ran. Habe ich ihn? Ich habe ihn dabei. Den soll ist gut. So, hier bitte. Was? So, jetzt. Ich bin noch nicht bereit. Volle Gesundheit haben wir. Auf jetzt. Vertrauenserweckend. Blutbischof. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Ich kann mir vorstellen, dass das uns letztes Mal wehgetan hat. Ich muss kurz mal die Eiltränke einsammeln. Danke. Danke. Ich bin noch nicht bereit. Willst du das mal bitte? Danke. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Jetzt ist er betäubt. Jetzt ist er weg. Sehr schön. Fass mich an den Fuß. Fass mich an den Fuß. Ich habe mal Aspekte erhalten. Achso. Ja klar. Ich habe mal Aspekte erhalten. Natürlich. Stell dich nicht doof. Wir haben das hier auch für einen Aspekt gemacht. Manchmal, ne? Seltene Stäbe, seltene Stäbe, seltene Stäbe. Ich will aber keine Stäbe. Ich meine, ja, der macht 134 mehr Schaden, aber eigentlich will ich nicht. Vor allem die Typ Fähigkeit Bär. Das ist doch noch viel schlimmer. Ein Rabe habe ich ja nicht. Ich kann ja nicht eine Milliarde Tiere haben. Leider. So. So kommen wir wieder raus. Müssen wir jetzt zu dem Toten, oder haben wir jetzt allgemein den Quest erledigt? Wollt ich dem Toten noch sagen, dass wir den Quest erledigt haben? Ich bin mir da so unsicher. Ich glaube, wir haben es erledigt, ne? Ja, es ist erledigt. Okay, dann gehen wir mal hier. Da so, in die Richtung runter. Ich bin noch nicht bereit. Was wollt ihr denn immer alle? Ihr seid so low. Schön, dass ihr Geld verliert, aber... Ehrlich. Brauche ich nicht. So, was geht denn jetzt hier ab? Ein Ereignis. Und was für ein Druiden? Oh. Wenn ihr in Werbeer gestaltet... Ach, leckt mich doch mit euren Scheiß-Gelben. Werbeer gestalten. Jedes Mal. Das ist ja schon Mobbing. Das ist ja schon tatsächlich Mobbing. Wir kriegen nie irgendwas. Jedes Mal, wenn ihr eure... Zauberhaften Fähigkeiten... Da kriegen wir nichts zu hören. Das ist ein bisschen gemein. So, ich gehe jetzt hier in dieses Ereignis. Hallo? Was ist hier los? Ich bin noch nicht bereit. Töte liegen, kanalisieren. Also so, da war ich nicht. Ich muss noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Das ist ja gar nicht. Mist. Wir haben ihn nicht rechtzeitig töten können. Okay, das war aber auch hart. Ist er schon tot? Aber jetzt ist er einfach tot, oder was? Ach, ihr seid scheiße. Was ist das? Ich habe keinen Platz. Ernsthaft? Keinen Platz? Wann habe ich denn mal keinen Platz? Ach man, wir haben es nicht geschafft. Ich habe zu wenig Burst Damage gemacht. Aber es ist halt so. Wir haben die Meisterschaft. Ist ja auch Meisterschaft. Wir sind keine Meister. Wir haben gerade es mal so geschafft. So. 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 Zwei Ränge für Felsbrocken. Ist das, was ich habe. Ach, deswegen. Meine Tränke verlieren Barriere. Deswegen vielleicht dieses Hoch. Okay, ja gut. Das ist dann zwei Ränge für Tollwut. Okay, eigentlich kann ich alles zerjagen. Ich habe jetzt nichts gesehen, was interessant wirkt. Für mich. Braucht ihr Schmiedekunst? Ja, mach mal das da. Danke. Voll gut von dir. Echt? Entschuldigung. Ich dachte, das hättest du mehr erwartet oder so. Ich habe es einfach mal mit aufgerüstet, weil wir es können. So, zurück. Zykorator oder wie auch immer. Ich bin noch nicht bereit. So, ich wollte jetzt aber gucken. Das haben wir eigentlich alles zu 100% ausgearbeitet. Wir können natürlich jetzt hier in den unsterblichen Ausstrahlung gehen. Für einen Druiden-Geister-Aspekt, den wir niemals benutzen, weil wir ja nicht dieser doofe Druide sind, der so doof ist und das nutzt. Ich würde gerne da bauen und nochmal hingucken. Wo komme ich da? Wo komme ich da hin? Einmal kurz hinstellen. Ich muss noch etwas sagen. Ich muss vandalieren. Aber wir können es. Ich muss noch etwas warten. Da ist nämlich noch etwas, was nicht aufgedeckt ist. Wenn da ein Schrein wäre, dann ist das natürlich sehr... zum Schrein. Ich muss noch etwas warten. Ich muss schon sagen. Nimmst du das nicht mit, oder was? Wir brauchen auch noch Tierknochen. Ein Tier. Ich muss noch etwas warten. Poppen die das jetzt wirklich? Oder sind das wirklich nur von den normalen Tieren? Das ist nämlich die größte Frage. Guck, da ist nämlich noch etwas, wo wir... wo wir hätten etwas finden können. Hier ist ein Keller. Oh, dann. Ich muss noch etwas warten. Ich muss noch etwas warten. Banditenschlechter ist beinahe erreicht. Ich weiß noch nicht, wo der Teil ist. Weil ich den Banditengedötet habe, gehe ich mal ganz stark von außen. Ich bin noch nicht bereit. Gehen wir hier gleich nochmal in den Keller gucken. Weiß ja nie. Ruhes Leder, aber nie das Tierfleisch. Das ist kümmern. Kann man die irgendwo kaufen, die Gegenstände? Weil das ist ja genau das, was uns derzeit eigentlich echt fehlt. Das ist nieme, weil ich die тысячeoteern. Wo ist das? Das ist doch madre. Da ist doch mal. Wir haben einen kann. Ich weiß nicht, ich kenne das Versteck nicht, aber vielleicht. Es ist nur ein Versteck, das kann nicht wirklich groß sein. Kein Ding. Ich bin da. Die Siege fünf Fällen, um den verwundeten Abenteurer am Leben zu erhalten. Meisterschaft. Ja, das ist schlecht, ne? Wir sollten vielleicht nicht unbedingt auf diesen Abenteurer stehen. Meine Güte. Ich finde das cool, wenn er zwei ultimative Fähigkeiten auf einmal macht. Das finde ich sehr angenehm. Doch, hältst du halt. Da kneift der Arschbacken zusammen, Mensch. Was ist denn los? Hält dich länger durch, weißt du? Und gar nichts los. Klar, es kommen ab und zu mal Steine aus dir raus, da unten. Aber ernsthaft. Ich kann dich auch sehr weich stellen. Wir haben die Meisterschaft jetzt nicht geschafft, weil wir nicht schnell genug... Ach, dann stirb doch. Jetzt ist mir auch egal. Wir haben nicht schnell genug alles getötet. Ach, Mann. Ist aber auch eine knappe Zeit. Ach, dann kann sie auch sterben. Nö, jetzt hab ich keine Lust, dich zu retten. Alter, finde, wenn das denn mit drin wäre, würde ich aber auch sterben. Die hat einfach... Da ist eine Truhe aus hier rausgeploppt. Ich bin noch nicht bereit. Da ist eine verdammte Truhe aus hier rausgeploppt. Oh, guck mal, da ist noch ein versteckter Schlüssel-Ding. Wir haben ja keinen stillen Schlüssel. Wir haben immer nur hohes Leder, aber das Tierleder fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Gut, haben wir das auch gemacht? Schön. Guck mal, man muss auch mal in die letzten Ecken gucken, ne? So wie hier waren wir eigentlich auch noch nicht in der letzten Ecke. Deswegen gehe ich da auch noch mal ganz kurz hin. Wir sind jetzt Eckenhüber. Nach unten. Warnung. Du bist Kacke. Danke. Ich weiß gar nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss noch etwas wagen. Komm mal, schwach. Da ist noch ein Lilithschrein. Danke. Jetzt habe ich billige Handschuhe mitgenommen. Ich bin stolz auf mich. Jetzt müssen wir nur noch auf die andere Seite. Entschuldigung, ich mag aber auch wirklich das hier alles aberkunden. Es tut mir wirklich leid. Wir waren noch nie in diesem Keller gewesen? Oh ja, stimmt. Wenn wir noch nie in dieser Ecke waren, waren wir auch noch nie in diesem Keller. Entschuldigung. Aber eigentlich, ich denke, wir kriegen da Knochen oder so. Was ist das? Ein Quest. Okay, wir geben mal ganz kurz den Quest ab. Falls der damit zu tun hat, brauchen wir nicht zweimal in diesen Keller gehen. Geht zum falschen Symbol. Erkennt ihr dieses Gemälde, das ich gefunden habe? Dieses Gemälde muss vor der Zeit meiner Mutter entstanden sein. Heutzutage würde solche Kunst auf dem Scheiterhaufen landen. Ich muss es gut verstecken. Danke. Solltet ihr auf euren Reisen noch etwas aus Margraves Vergangenheit finden, würde ich es liebend gerne sehen. Klar. Dann gehe ich da nochmal in den Keller. Ich muss noch etwas warten. Und morgen ist auch schon wieder Stream-Tag, ne? Wir fangen 19.15 Uhr an. Wegen Kind und so. Oh, hübsch. Au. War eine Falle. Es war zu hübsch, um keine Falle... Warte, denn wir haben... Wir haben hier, glaube ich, ein kleines Rätsel. Okay, warte. Nope. Au. Hä, das fängt doch damit an, oder nicht? Warte, warte, warte. Das lasse ich ja nicht, ob wir sitzen hier, ne? Oder es fängt das damit an? Vielleicht ist das große Problem... Meine Schlange. Meine Schlange löst... Mein... Ich glaube, meine Schlange löst das aus. Ähm... Ähm... Wie werde ich die denn jetzt los? Weil meine Schlange da rumwuselt. Das ist doch kacke. Okay, ähm... Doktor Schlange, ähm... So. Doktor Schlange ist jetzt nicht mehr da. Hä? Hä? Okay, kann mir irgendjemand dieses Rätsel erklären? Ich bin... Massiv überfragt. Tot. Ich bin... Überfragt. Dieses... Kann ich das... Kann ich aber auch nichts. Okay, ich hab keinen Plan. Lass uns doch mal morgen im Stream drüber nachdenken. Dann mach ich nämlich jetzt die Aufnahmepause. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich hab keine Ahnung, was da jetzt abgeht. Ganz ehrlich, ich stell mich jetzt hier hin. Ich stell mich jetzt hier hin und speichere. Oder wir gehen raus. Ich muss dran denken, an diesen Keller zu denken. Weil das verwirrt mich nämlich jetzt. Domizil des Einsiedlers. Naja, vielleicht habt ihr ja eine Idee. Mal schauen. Okay, ich verabschiede mich jetzt und... Wir sehen uns, äh, ja, morgen im Stream wieder, ne? Wie gesagt, 19, 19, 15 in etwa geht's los. Also, bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.